Hallo Leute, herzlich willkommen zum 14. Dezember. Einen schönen Tag an euch. Ich muss mich beeilen, wir sind gleich hier eingeladen. Von meiner Freundin bei der Family zum Essen und Kochen und danach Essen. Und ja, Achtung, die Geschenke von heute. Das habe ich heute bekommen. Ultra cool. Pac-Man Salz und Pfeffer Streuer. Schaut es euch an. Ja, ich weiß, ich weiß. Ultra cool, nicht wahr? Hier, Pfeffer und da Salz. Das ist auch alles von Ding, von der Original-Wurstfirma von Namco Bandai. Ja, es ist was und es ist was. Es ist natürlich in China gemacht, ganz klar. Ihr kommentiert so schön und gebt so schön die Daumen hoch. Vielen Dank dafür, gell? Ihr seid die Besten. Und das war's auch schon. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.